Der Deutz D50S läuft seine Vierzylinder mit 3,4 Litern Hubraum und 52 PS schon mal warm, denn gleich geht die Fahrt los. Der Käpt'n holt mit ihm seine Windel 50SL aus Scharnebeck ab. Sie ist ein Segler-Deluxe, hat eine Länge von 10,70 m und eine Breite von 3,10 m. Ihr Tiefgang ist 1,60 m und sie wiegt 6 t. Ja, ganz genau, dafür ist eine Sondergenehmigung erforderlich. Der Käpt'n holt seine Windel aus Lauenburg ab und fährt sie zum Kran nach Scharnebeck. Dort wird sie auf den Trailer gesetzt und dann geht es über die Bundesstraße zum Winterlager. Wisst ihr, diese Touren sind jedes Mal anders und sie halten immer wieder neue Erlebnisse parat. Denn das Wichtigste ist der jetzige Moment. Wenn du den genauer betrachtest, dann zeigt sich, dass es auf die Art deiner Sichtweise ankommt. Und auf einmal zeigen sich ganz andere Möglichkeiten. Du erkennst, dass jede Betrachtung der Zukunft nur eine Illusion ist. Gute Fahrt! Ich versuche mich immer mehr davon zu lösen. Mein Leben wird immer spannender, aber gleichzeitig auch beruhigender. Denn in der Veränderung liegt die Ruhe und die Kraft. Ich wünsche dem Betrachter dieses Videos viel Spaß und ich freue mich natürlich über ein Abonnement und einen Daumen hoch. Mein Leben ist sicher! Hier ist ja noch dabei! Das ist doch kein Schuh, das ist halt schon echt gut. Wille, mach den Gas, mach den Druck. Wille. Wille. Das war's. 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 Das war's.